Ich bin ein Nicht-KW-Trinker. Ich trink lieber schwarzen Tee. Da, ich bin der Kakao-Junge. Okay, 3, 2, 1, stop! Go! Ja, ich würde sagen, die Halle vorher nehmen. Da kommen wir sogar hin. Wenn es da ist, kriegt der Kopfnuss. Wait, wait! Ich würde gerne eine Lieblingsfarbe für die Marker setzen. Da hätte ich mal Grün. Me too. Farben hätte Gelb. Die Farben sind ja vorgegeben, aber... Dann könnte ich sagen, von wegen, hm, willst du vielleicht eine bestimmte Markefarbe so offen gehen? Hey, hat es euch gerade aufgefallen, dass wir alle synchron den Dings gezogen haben? Ja, weil wir alle gleich geflogen sind. Unter uns ist ein Moppet. Fährt das, oder? Und ein Buggy. Nein, nein, wir können das nehmen. Ich nehme das Moppet. Ich schaue das Moppet. Ich schaue das Moppet. Ah, da ist das Moppet. Oh, ist das Moppet. Hier bei mir. Ich bin auf dem Weg, Vincent. Fahre ich mit Marvin? Marvin, hinter dir ist jemand. Marvin, hinter dir ist einer. Fahr! 3, 4, put! Oh. Okay Marvin, warte auf mich. Pack Mike mit ein, Marvin. Alle? Alle oder direkt Mülltab-Power? Erstmal alle, oder? Ne, wir machen direkt Mülltab-Power. Oh, okay. Hauptsache ich werde nicht runtergehen. Oder aufteilen. Ne, nicht aufteilen. Mülltab-Power geht's mir, als darf. Bis bloß nicht flippen, Vincent. Wir sind das Tank-Top-Squad, du darfst nicht flippen. Genau das darfst du nicht tun. Das war kein Tag, Marvin. Du tust dich. Ja. Wie sieht's aus mit meinem Fahrzeug? Jeep oder sowas? Wahrscheinlich haben wir was gesehen. Nope. Nope. Vincent, nope. Just, reflector. Just, nope. Lol, wenn ich raussteige, passt es wieder durch, oder was? Du bist so fett, Ben! Na, Ben! Ich bin nicht fett. Marvin, lass mich hier raus. Danke. Wir sollten uns trotzdem nicht zu sehr aufteilen, auch auf dem Gebiet hier nicht. Jaja, ich hab... Marvin hat mich nur ein paar Meter vorher rausgeschmissen, damit ich hier die Westerns für State getoilen kann. Boah, das ist ziemlich geil. This is pretty neat. Nicht ein Backpack. Ich hab schon zwei externe Quickdrawers. Für die ARs. Fast edel. Ich hab ne Cyga. Ich hab ne voll ausgerüstete Schrotflinte. Ich hab ne voll equippte Pan. Das ist op. Jetzt hör mal auf damit. Wir sind still wieder da. I'm sorry. Ist auch ne Zweier-Reste übrig? Ihr verarscht mich doch, hier komm ich nicht rum. Ach! M4. Ich mach das mal zum Marvin da irgendwie ins Haus rein, um mir ein bisschen was krallen. Während Vincent hier immer noch die Gegend düst. Oh, ne M4. Ja, hab ich auch. Hört mal auf, reinzulacken. Ich will auch noch was haben. Aber ich lacke gerne rein. Ich hab vielleicht halt einen Sniper. I'm a lucky guy. Sometimes. Oh, ne 4 let's go. Oh, jetzt hab ich das dritte Extended Mag. Oh, Pan-Killers. Oh, Pan-Killers. Oh, Pan-Killers. Oh, V-Grip. He's sucking deck. So much. Extended Quickdraw für ne Uzi. Hier ist AKM hier hinten. Ah, meins. Lead. Warte, wo bist du? Wo ist hinten? Hier ist noch ein Skar. Dann geh ich wieder runter. Also ich bin jetzt schon happy AF. Ja, ich hab das wieder abgekürzt, obwohl es unnötig ist. Könntest du ne Extended Quickdrawback Mag noch brauchen? Uh, ne Extended Mag. Oh, was ist mit der AK? Wer wird die AK haben? Oh, hier hab ich noch die Skar. Sehr gut. Ben? Hast du ne Skar oder was hast du? Ich hab jetzt ne Skar, ja. Weil hier liegt ne AK. Ben, ein Extended Quickdraw bitte. Moment mal, jetzt muss ich das mal selbst mal reinbauen. Oben ist auch noch gut, ne? Oh ne ich ja. Unten war der schon überall. Ja, ich war auf jeden Fall fast überall. Rucksack hier noch. Level 2? Nö. Achtfachs kaum. Ah, schade. Keine SKS, nur ne Autoschrotze. Nur ne Autoschrotze. Ich lege noch ne UMP. Äh, hier ist noch ne UMP, äh Ben. Wenn du willst. Ich hab mich Extended Mag dafür. Eigentlich ne Schrotflinte, deswegen würde ich die UMP in Zweifel nicht nehmen. Achso, ich kann die Amo nicht aufheben. Okay. Das ist schon zu viel. Nein. Nein, nein. Die ist unter nem Gegenstand weggepackt. Äh, ich habe zu vergeben immer noch ein paar Sachen. 5-5-6 aber wenn da ist. Schock. Davon hab ich nur 90 Schuss, oder davon geb ich nichts ab. Ich hab halt nur 30. Wenn man einen Crossbow findet, ich hab nen Krimer dafür. Wow. Da kann ich mich mal ausprobieren. Hier oben ist nichts mehr. Vernünftig. Da war so immer, immer direkt nen Pfeil drin. Also ping, ping, ping. Uh, Zweierbeste. Ich bin noch ne Einser. Leute? Hier oben ist nix mehr. Ein Extended Quick Drop für Sniper ist halt nix. Die schießen dann in der Halle, oder? Können sein. Nock, Leute. Der hat gerade zwei Leute hinter dem Headshot von der AK ausgenommen. Hui, das war knapp. Das hat keiner gesehen. Glaub ich. Äh, ich hab hier noch nen Zweierhelm bei mir in den Containern. Oh, me. Im linken Container. Okay. Aber habt ihr gehört, da waren schlussend bei der Halle. Konrad 762 Amor. 556 wäre nice. Die beiden vier geklaut. Ich kann halt bis jetzt nicht mehr nachladen mit meiner Ska. Ich hab auch kein Visier für meine Ska. Ich auch nicht. Ich hab nur nen Viererscope, aber... Ich hab nen Achtfach von meiner AK. Müssen wir irgendwann noch bisschen Stuff looten. Da haben wir noch die Häuser und die da vorne. Ah, ich hab nen Rotpunkt für dich, Ben. Ist schön. Oh, ich hab noch einen Extended Mac gefunden. Ja, oh fuck. Oh, hier sind ja auch noch Container. Ich hab noch ein bisschen Extended Mac mehr, ja. Oh, ich bin durchgeher. Ja, ich glaub wir müssen unsere Autos holen und los, ne? Ah, ein Zweier. Der ist 12k. Oh, das wär's jetzt gewesen, oder? Du wirst eigentlich nicht so weit trennen. Weil ich das Zweier Backpack kannst du dir nehmen. Ernsthaft? Ja. Ich hab nen Dreier. Weil du so... Ah. Ach, was soll nen Dreier? Was ist mir awesome? Ah, tut tut. Auto. Meins. Boah. Das wär nen Schock für's Leben. Reaktion, Ben. Hier ist noch ein Zweier in Höhe. Noch ein bisschen überreagiert. Bei Helm brauch ich. Ich hab nen Flash heute. Und ne externe Quickdraw für die... Für... Für... Dingens. OMP und so weiter. Ach lolz, äh... Wir haben nur den Buggy jetzt hier. Äh... Gut, ich hol das... Wuppet. Ich hab noch nen externe Quickdraw. Wuppwupp! Ich bin der externe Quickdrawfinder. Dann haben wir noch Zeit, also... So schlimm ist es nun auch wieder nicht. Aber wir sollen uns sonst... Hoho. Noch ein externe Weg. Ich schieß ein D für die T-Shot und man da Dings kommt. Wir haben Spaß an der Halle. Gut, dass wir nicht da hingegangen sind. But I want fun too. So, sind wir alle da? Wer fehlt noch? Lex, du draußen? Okay. Ich hol den Mike ab, oder? Ja. Mal geht's in den nächsten Häusern. Oder wir fahren irgendwie... Shooter-Range. Dort, wo was sagt ein? So... Da ist halt nicht so viel. Das ist nur so der... Unser Endpunkt, wo wir so... Wir könnten auch da noch gucken, wenn wir eh schon nur in die Richtung fahren. Unser Endpunkt wissen wir doch noch gar nicht. Der wird sich noch ändern. Ja, erstmal... Erstmal blau looten. Nicht flippen, Vincent! Ich bin immer mad, wenn du mich flippst und dadurch Schaden kriegst. Flip it, pop it, switch it, face it. Ich bin eine K. Ich mag die K. Ich mag die K. Da rechts noch ein Buggy. Ah, fine. Kannst du dir ein Buggy nehmen, wenn du willst. Ich bleib immer mit. Wollen wir hier die roten auch noch nehmen, oder? Ne, die sind nicht in der Zone, ne? Aber wir haben noch Zeit. Aber nicht viel. Ja, aber wir haben noch Zeit. Ja, aber wir haben noch Zeit. Den ersten Ring können wir auch noch mal nehmen, vom Schaden her. Ich bin so paranoid. Ich denk mir immer, wenn jetzt hier was angefahren kommt. Moment. Jeder ein Haus sozusagen. Ja. Hm, meins ist ziemlich leer dafür, dass hier angeblich noch niemand war. Oh. Ja, Moment. Was das heißt. Ich hab hier noch ein Foregrip. Vertical. Red Dot. Das find ich nix. Braucht wer Bullet Loops und Choke für ne Shotgun? No. Bullet Loops ja, Choke nicht. Press. Press. Für meine. Assault. Ruffala. Ruffle. Assault. Ruffle. Oh mein Gott, ich fühl jetzt echt. Was sind nur die Bullet Loops? Hab ich eingepackt. I would appreciate something like a car. Direkt vor dir. Ja. Hier ist doch ein Zweierhelm bei mir. Und ein Zweierrucksack. Zweierrucksack bei euch. Von mir aus können wir weiter. Ja, von mir aus können wir echt weiter. Zweierrucksack, wo ist der? Unten jetzt links direkt. Jungs, Jungs, Jungs. Ja, ja, ja. Ich setz bestimmt unten, Buggy. Okay. Ich hab noch Flash weiter für die Sniper-Ref übrig und ein X-Netwick. Habe ich schon. Und ein Cheek Pad und ein 8-fach Scope, aber ich spiel keine Sniper. Ich hab einen Haufen X-Netwick für die Sniper. Ich auch. Aber das ist eklig. Ich glaube, das ist noch looten hier rechts. Es ist nicht mehr drin, aber wir haben noch... Ich hab kein Medical-Zeug. Na, nein. Kommt gleich. Ich hab 5 First Aid-Kits. Gib mal hier ab. Nö. Ja, okay, mach ich. You all gonna die. Oh mein. Oh mein God, das war's. Gronpen, oder Marvin, oder? Magst du irgendwann anhalten, Vincent? Und nicht mitten rein fahren? Er ist hier bei mir drin gewesen, wer denn wäre... Marvin, wie fandest du die Landung? Gnadenlos zu Schotten. 8 von 10. Hier ist doch im First Aid-Cit drin, falls es jemand braucht. Weil das wäre normal ein 6. Wenn du das aufnehmen kannst, komm das Mitte-Teil dann auch. Gib jedem dann irgendwie 2' Stück. Ne, ein Stück. Wahrscheinlich nur. Marvin, wie viel hast du? 1. Atme 1? Ja, ich leg noch eins raus. Oder zwei. Und noch eins. Nein, nicht alle, du Hund. Vincent, du Hund, gimme. Nice. So, da liegt jetzt hier noch eins. Heute noch eins, Ben. Hier ist noch Extended Mag. Ich hab jede Menge Extended Mags, falls noch jemand braucht. Und auch Extended Quick Draw sogar. Ein Extended Quick Draw kann ich noch brauchen, das Zweier Backpack ist hier. Ben, ich komm nur mal rein. Okay, komm schon. Leg's mir einfach da hin. Leg's einfach da hin. Ich leg's lieber in die Deckung. Moment, da. Du, Haus, gibst mir jetzt ne K. Komm schon. Me thank you. Mach schon Haus, ich weiß das nicht. Mal rennt halt lootgierig einfach ins nächste Haus. Sollen wir jetzt einfach zu Fuß laufen, oder? Ja, ich... Komm mal, dann könnte man schon machen, wir haben's nicht so weit. Kar? 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 Pistol Suppressor, huh? Also denkt gerade Leute, wenn ich sterbe... Extended Trick Draw Mag. Hat noch jemand eins für mich? Ich hab'n Extended Mag zumindest, ja. Extended würde ich nehmen. Äh, ja. Ist das noch ein Extended, du möchtest? Äh, ja. Ist noch ne Smoke Grenade, falls die einer haben will. Ich hab' schon zwei. Am Bunker wird geschlafen. Ist du? Oh, oh, meins. Nein, nicht das. Der hat mir echt beide Munitionsdinger geklaut, Marvin. So, achso, willst du einmal zeigen? Oh, Ammo, Ammo, ich hab' Ammo. Ich hab' nur 60 Schuss. Ich hab' M4 Ammo, ich kann gleich was abgegeben. So, passt schon. Jetzt hab' ich noch... Oh, hier ist auch ne M4 16 noch, wenn man wer haben will. Warte, wo ist der Bunker? Nö, ich hab' die Scar. Da ist der Bunker. Also ich hab' insgesamt... 180 Schuss für M4. Oh, guck mal, hier ist noch ein Extended Quick Draw Mag. Mike? Oh Gott. Lass mich hier erstmal kurz schauen, weil ich wollte grad checken, ob da... Ich bin schon hinter dir, ich kann's selber hinlegen. Ernsthaft? What the fuck? Lag unten im Haus, in dem, wo du drin war. Versuch' gerade jetzt, zu spotten, wo die schießt. M4 16, was ist der... was ist der Flavortext dazu? German do things properly. Ich glaub, ich glaub' ich weiß, wo die rumballern. Die ballern hier an dieser... Was ist das? Ist das nicht ne Ami-Waffe? Jungs, die ballern hier an dieser... Das ist ne Heckler und Koch, die M4 16. Die wird zwar von Amis eingesetzt, aber das ist ne Heckler und Koch. Ja, Germans do... Germans do things properly. Jungs, habt ihr gesehen, wo ich's markiert habe? Die schießen da rum. An den Häusern. Mhm. Warten wir mal auf den Kreis ab, oder? Ah, warte, ich hab einen Laufen sehen auf Südwesten. Straight Südwesten. Er ist weiter gerannt in die Bäume. Ist der einzige, der schießen kann, glaub' ich, auf die Entfernung. Ja, ja. Ja, ich hab' auch'n Vierer. Aber halt kein Silencer. Tada! Ja. Ja, ohne Silencer würde ich auch nicht schießen wollen. Wenn ich schieße, dann frage ich vorerst nach, ob alle so sind, dass man die nicht sehen kann. Ah, wir haben einen Kilometer, einen halben Kilometer, äh, 750. Wir könnten in die Richtung laufen und dann erst rein, wenn wir jetzt schon loslaufen. Ja. Ja, wir müssen aufpassen, was da bei Rot ist. Von da wird noch was kommen. Von da wird noch was kommen. Bei Rot? Nein. Wenn wir so da langlaufen Südwesten, dann gibt's keine Deckung. Flugzeug auf 240 fliegt aber nicht über uns. Weil es fliegt eher südlich von uns, also. Gehen wir von Norden rum? Ach nee, da gehen wir zur Schule, da will ich auch nicht so lang. Ich würd sagen, wir gehen Richtung Süden. Ja, gut, dann machen wir das. Mit welchem Lied machen wir das? Heeeey, ja... Das ist Drop, da wo geschossen wurde. Na ja, sogar noch weiter hinten, in der Humor auf dem Berg. Steht auch ein Buggy mitten im Wald. Wo wir vorhin angesagget haben, dass die Leute laufen. Also wie gesagt, ich rechne mit Gegnern direkt südlich von uns in den Waldzeit. Äh, auf 210 steht noch ein Buggy im Wald. Seh noch nicht ob der irgendjemand noch rumlungert Aber da steht ein Buggy im Wald Hinten bei den roten Häusern sind die Türen weggeschossen teilweise Da stehen auch mehrere Fahrzeuge, wir kommen hier vor Roten Häusern? Die Häuser von uns, wo rot markiert sind? Ne, die ich markiert habe, die grünen, also grüner Marker, Vincent Kannst du nicht mehr sehen Und hier war auch jemand Hier ist Stuff mitgenommen Moni nämlich Welcher Ammo? Ich glaube 45er wurde mitgenommen Backdoor Wollt ihr so nicht in die Häuser rein dort? Oder warum lauft ihr da hin? Ich würde da nicht rein Ich lauf hier nur so, dass ich von rechts halt zumindest Deckung habe Geil, die Granate am Bushaltestelle Ja, da braucht man die auch Ja Hör mal, wie willst du sonst Fahrkartenautomaten wegsprengen? Westen Immer noch grüner Marker, mein Das ist meiner Ja, aber da sind sie Wie gesagt, auf 210 ist immer noch ein Buggy im Wald Also hier könnte irgendwo auch ein Waldbecher rumlaufen Vor euch Die Wand kommt jetzt Wir haben es nicht mehr weit, 150 Ich weiß, das könnte hinter uns halt noch wieder wegkommen, was sind Zeug Sieht aber nicht so aus Mit dem Compound Problem ist eher, wenn wir jetzt in ein Feuergefecht kommen, haben wir vielleicht das Pech, dass wir mitten reinrennen müssen Ah, wir haben hier noch den Teil der Straße mit Cover Ja 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 So viel Covers ist das auch nicht, aber ja Das sind Bäume Und das Dreck I see trees of green Grey stones there too I hear them shoot At me and you And I think to myself This bush is gorgeous Ich dachte, wie ihr Scheiß Wer hat die Silencer Da unten Klingt aber eher nach einem UMP oder Vector Silencer Ja, das ist kein Problem Ja Der rote Marker kann mal wegmachen, den brauchen wir nicht mehr Dann Wollen wir die am Haus noch mitnehmen Lass uns erstmal gucken, wo wir hinlaufen müssen Also da sind auf jeden Fall die Dings eingeschossen, die Fenster Südwesten Ich sehe da auch einen vorliegen Ah, ah, sie kommen raus Kann schießen Ich sehe es nicht, findest du, wo sind die rausgekommen auf welcher Seite? Okay Ist tot Instant tot Instant tot Ist das wohl ein Einzelner? Wahrscheinlich Es kann aber sein, dass der Typ Zwei Leichen lagen da Ja, das saß Lauf über die Straße Lauf über die Straße Dimmerlicht wurde Folge Ben Keiner folgt mir? Well, that's sad Ich laufe über die Straße weiter südlich von dir Ich wollte da nicht direkt auf die Häuser zu rennen Winzen Schüsse im Südwesten 240, 250 dazwischen Sehr weit weg Bestimmt 200, 300 Meter weg Wir müssen halt nur in den Süden und für den anderen nächsten Kreis, ne? Hier ist noch ein Auto, das können wir nehmen Ich würde erstmal die Häuser kontrollieren Wo ist denn der Typ? Verreckt Direkt neben dem Haus, andere Seite von mir Sonne verpiss dich, ich kann dich grad echt nicht gebrauchen Wir müssen gleich umdrehen, ne? In Richtung 7 Also hier ist ne Shitton an Luke drin Wie gesagt, wir nehmen jetzt äh Ich schau nochmal eben die eine Leiche nach, die ich grad geschossen habe Zwei Stück sogar Ein 8er Scope Nice Interessant Ja, wir müssen das Auto nehmen, Jungs, ne? Hier ist noch ne Pan drin Und... Let's go! Zum Auto, wo wir müssen Im Haus sind noch zwei Leichen gewesen, wo ich drin war Und oben auch noch eine Die haben sich hier schön aufgerieben und ich hab den letzten mir geholt Sorry Wollen wir noch einen Moment? Ja, wegen mir kriegen wir Schaden, tut mir leid Wollen wir noch einen Moment? Warum sitzt nicht hinten? Wincent, ich würde eher sagen, dass du da hinten fährst oder so Ne, ich und Mike haben mehr Schaden gekriegt Ja Hä, ich sitze doch auch hinten Du sitzt vorne, äh, Marvin Aaaaaaah Ach ne, ich hab nur jemand mehr Schaden gekriegt, genau Ich und Vincent dann weniger gekriegt Gut So schlimm waren die Ticsen auch noch nicht Ja Jetzt müssen die leider wo wir alle sind Das ist doof Raus hier Wir könnten aussteigen und einfach dort nach Süden laufen, ja Ja, jetzt Halt an, mein Gott Ja Sind noch nicht drinnen, nein, müssen noch weiter Fuckboy Shads, yay Fuckboy Shads Fuckboy Shads Fuckboy Shads Das ist der kürzeste Weg Ja, das kannst du sehr, sehr spät laufen Aber wenn wir da oben sind, können wir ja alles freikämpfen Ist euch das jetzt aufgefallen? Ist jetzt echt nach hoch, da hoch laufen Ne, ich würde auch sagen, wir laufen nach Norden am Kreis lang Ja, meinte ich doch Ja Das war der, das meinte ich Ja Du hast nachher oben gesagt, oben ist Westen von uns Oben ist Norden Nein, oben ist Westen von uns, weil da der Berg ist Oben gibt's auf der Karte nicht Norden ist Norden Pappnase Oben ist oben Oben gibt's auf der Karte nicht Doch Oben, oben ist im Himmel, da wollen wir nicht hin Du bist fahrt im Himmel und bist gay, herzlichen Glückwunsch, dann dazu Find's nicht, ich glaub ich hab schon mehr Mädels gefickt, als du es hier tun wirst Ok Congratulations for your Syphilis Hey At least I've got something Naja, muss es einfach was kompensieren Es ist bei vielen schwulen Männern so, dass die erstmal richtig schön viele Frauen flachlegen, um das zu kompensieren Hohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoh Ich würde noch ein bisschen weiter an der Zone laufen, möchte wissen, ob da noch wer ist. Ja, aber da ist kein Entdeckung. Das ist auch scheiße, ich seh's gerade. Du darfst gerne noch mal hier in die Bäume gucken, die neben mir sind. Ich glaube, ich hab in westlich von mir Schritte gehört. Kannst du ein bisschen hinter uns rausschauen? Ja, hinter uns, hinter uns, Osten, zwei Stück. Ich seh's gerade. Mike, schlecht. Wo genau? Ja, ich seh's. Drei Stück, da hinterher ist noch einer. Ich kann auf die Entfernung nicht sinnvoll schießen, also wenn ihr schießen könnt. Ich brauch Deckung, ich brauch Deckung, Ben, lass mich hinter den Baum, bitte. Jetzt badert ihr, wenn ich rennen muss, geil. Hab einen gehittet. Da schießen noch mehr auf die. Kann seinen Hintern nicht treffen. Die sind doch noch so gerade eben drin, ne? Ja. Ja. Also einer auf jeden Fall nicht. Alter, da geht doch die Party gerade. Der ist noch draußen. Läuft. Nice. Ich schaue gerade hier oben. Ich schaue weiter Richtung Osten. Ich schaue Nordwesten gerade und crawle hier durch dieses Gras. Also im Osten ist mindestens noch einer. Mhm. Ey, Leute, Leute, vor mir ist ein Stein, der ist noch in der Zone. Der ist ungefähr hier. Der ist eigentlich perfekt. Da ist die eine Osten. Da ist die eine Osten. Osten? Mike? Am Baum? Was war? Ich kann ja darum nicht schießen. Ah, ja, ich seh ihn, ich seh ihn, ich seh ihn. Warte. Oh, schön, Mike. Ja, schieß, schieß, schieß. Nein, ich seh ihn nicht mehr richtig. Äh, also 240, läuft ein Gegner oben auf den Berg. Okay. Ich seh ihn, ich seh ihn. 2 Stück. Der hat noch geschossen, Mike. Hast du gehört? Der hat noch einen Scheinwerfer. Ja, ich seh. Sollen wir schießen? Ja, warte, warte. Okay, 3, 2, 1, go. Die 240, hab sie nicht mehr im Blick. Ja, die sind direkt hinter dem, hinter dem 240. Die sind immer noch da oben. Ja, der ist gestorben, oder? Der hat mich woanders getötet. Äh, oder? Habt ihr gehört, dass wir hier im Südwesten auch noch Gegner haben? Ja. Wir müssen moving, moving. Jetzt müssen wir halt zu denen reinlaufen. Aber hier ist direkt ein Stein. Oh, 210, auch noch Gegner. Ja, ich seh ihn noch. Ich guck jetzt erstmal hinter, ich seh einen, ich seh einen, ich seh einen. Läuft noch einer. Dreier, Dreierhelm. Dreierhelm hab ich dreimal gehittet, leider nicht im Kopf. Nein, hier, bei mir und Marvin. Ja. Guck hier nach oben, wir gucken hier hinten hin. Oh. Da ist ne AWM bei mir. Ja, das ist der Typ hier oben mit dem Dreierhelm. Der hat mich ja wild. Marvin, wo bist du? Marvin, wo bist du? Er ist tot. Er ist tot. Mies coming from. Der ist tot. Der ist instant tot. Dieben Stück sind noch am Leben, es sind drei Gegner noch. Also einen wissen wir woher ist, einer ist im Osten, Jungs. Der hat ein Dreierhelm. Der im Osten sind Smokes geworfen. Genau, das ist der. Marvin, du solltest dich direkt heilen und dann laufst du den Rubber und kill den. Okay? Weil ich glaub nicht, dass der weiß das nicht. Oh, mein Helm ist weg. Ah, das ist schlecht. Okay, heil dich. Ja klar, eben tu vor den Helm. Klar. Hab ihn. Er war's knocked out. Schuss wurde auf mich gemacht. Ich seh den, ich seh den zweiten, ich seh den zweiten. Nee, ich seh alle drei. Ich seh alle drei. Richtung. Die sind hier 165 von mir aus. Hab noch einen. Hab alle drei. Der bin mal gewonnen. Ich hab die gerade flankiert und hab die von oben beschlossen. Den letzten erwischt. Ich hab die von oben beschossen gerade noch. Wait, wait, wait. Wait, wait. Jungs, Jungs. Das ist die erste Runde, wo wir alle überlebt haben. Und gewonnen haben. Guck mal auf die Map, wie wir verteilt waren. Das war ziemlich geil. Ja, die konnten sich nicht in den Baum verstecken. Weil ich war komplett flankiert 90 Grad. Die konnten sich nicht verstecken.